Hallo? Und fairer könnt ihr Tymi ja kaum sein, oder? Oh, natürlich! Jetzt muss ich also erstmal dich abpassen und platt machen. Nur damit du mir nicht in den Rücken ballerst. Ich krieg die Krise. Greif ich den Keller überhaupt? Oh Mann! Dieses Game ist schon lächerlich. Fick dich! Ich glaub's nicht! Ich glaub's dich! Das kann alles nur ein böser Albtraum sein. Hallo? Ansonsten geht's euch Tymi aber noch gut. Ach, zumindest rollen die Dinger nicht nach hinten. Oh, natürlich! Jetzt ignorierst du auch noch alles an meinen Befehl, wenn ich sage, spring! Jetzt war das langsam mal ein Ende hier. Oh meine Güte! Der war zu weit. Okay, ich... Ich glaub's mir jetzt lästig immer zu erwähnen, dass sie schnell springt aus der Macht, was sie will. Ja, natürlich! Jetzt kann er auf einmal nicht mehr springen! Ach, auf dich hab ich ja nur gewartet. So, ansonsten geht's dir ja noch gut, oder? Was stellt dieser Idiot eigentlich dar? Ach, da unten gibt's Hau-Docs. Na, wenigstens mal wieder ein Hauch von Fairness in dem Game. Da hab ich grad auf Fairness gesprochen. Was zum... Hä?! Wie ist denn... Was?! Wie soll ich denn... da durchkommen? Kann mir mal einer erklären, wie ich da durchkommen soll? Hallo?! Ich meine, was soll ich hier machen? Kann mir mal wirklich einer erklären, was ich hier machen soll? Hä?! Hä?! An diesem Magnetfil komm ich ja nicht vorbei! Wie soll das gehen?! Wie?! Wie?! Vielleicht mit mir... Energie oder... Ja, natürlich! Instant Death! Meine Eh... Sie vielleicht warten, bis die Steine daherkommen... Und... Okay, die treffen mich nur! Aha! Hä, das soll man jetzt auch erst mal wissen! Klar! Das weiß ja wirklich jedes Kind! Metallkrallen machen... Energiefelder kaputt! Oh Gott im Himmel! Das ist ja wirklich sowas von Banane gewesen! Freiheit?! Hä?! Was kommt jetzt? Aha! Jubelie, Psylocke, Havoc! Jee! Ihr wollt mir nicht erzählen, ich hab's geschafft, oder? Ich hab's geschafft! Bitte sag mir, ich hab's geschafft! Oh nö! Den soll ich dir doch jetzt nicht ernsthaft auch noch jagen, oder? Oh Gott! Nee! Den will ich jetzt nicht auch noch! Oh Gott! Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wieso schießt er? Ernsthaft, wieso kann der schießen? Warum schießt er? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Seit wann kann der schießen? Und wieso zur Hölle zieht der mir sowas ab? Wie soll ich den treffen? Wieso zur Hölle soll das überhaupt Savertooth sein? Der hopst hier rum wie Toad mit einer Knarre. Ob ich es jetzt dann eigentlich bald mal... Muss ich dich jetzt da runterkicken oder... Jetzt komm her! Ja natürlich, ignoriere mich. Komm, folge mir. Achso, du bist ja einfach zu cool, um mir zu folgen. Okay. Okay, folgendes. Also, du gehst mir tierisch auf die Eier, Alter. Aber wirklich tierisch. Sag mal, wie oft muss ich dich eigentlich treffen? Das ist doch zum Kotzen. Das ist echt zum Kotzen. Muss ich dich jetzt bis zu dem Abgrund treiben, oder? Ich kapier's gerade echt nicht. Und selbst gehst du da ja nicht hin. Bieren wir's mal. Okay. Okay. Arschloch. Irgendwann muss der doch mal totgehen. Okay. 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 Okay.